Willkommen! Um die neuesten Entwicklungen und exklusiven Berichte über den Krieg, der von Israel geführt wird, nicht zu verpassen, können Sie unseren Kanal abonnieren. Die israelischen Streitkräfte setzen ihre Angriffe auf die Tunnellinien der Hamas Terror Organization im Gazastreifen fort. Nach Angaben der IDF wurden bisher mehr als 200 Tunnelschächte sowie Ein- und Ausgänge zerstört. Mit der Fortsetzung der Bodenoffensive der israelischen Armee, insbesondere im Norden und im Zentrum des Gazastreifens, steigt die Zahl der zerstörten Tunnel von Tag zu Tag. Vor kurzem haben Roboter mit künstlicher Intelligenz in den Siedlungen Beit Hanun und Beit Lahir im Norden des Gazastreifens eine neue Strategie der Hamas aufgedeckt, bei der Glasfaserkabel verwendet werden. Im Anschluss an die Arbeit der IDF wurde ein neues Hamas-Tunnelnetz in der Nähe des Nachal-Shanun-Wasserkanals entdeckt, der zwischen den Siedlungen Beit Hanun und Beit Lahir verläuft. Der israelische Nachrichtendienst Schienbet und die Spezialeinheiten erstellten einen kritischen Einsatzplan für das neu entdeckte Tunnelnetz. In dem Gebiet entlang des Nachal-Shanun-Kanals machten jedoch Sprengfallen der Hamas die Operation der IDF extrem schwierig. Die Spezialeinheiten der IDF haben jedoch wichtige Schritte unternommen, um diese gefährliche Straße durch den Einsatz von Glasfaserkabeln und Robotern mit künstlicher Intelligenz sicherer zu machen. Nachdem die Sicherheitsvorkehrungen getroffen und diese kritische Route entdeckt worden war, begannen die IDF-Spezialkräfte auf dem Nachal-Shanun-Wasserkanal vorzurücken. Es wurde behauptet, dass die israelischen Spezialkräfte, die diese Operation durchführten, Boote benutzten, um sich entlang des Wasserkanals zu bewegen. An einem bestimmten Punkt, nachdem sie sich entlang des Wasserkanals bewegt hatten, mussten die IDF-Spezialeinheiten jedoch die Straße entlang des Kanals nehmen, um die neue Hamas-Tunnellinie zu erreichen. Als die IDF-Truppen die Straße zu dieser Tunnellinie entlang fuhren, die mit Sprengstoff und Sprengfallen gespickt war, erreichten sie schließlich das vom Shinbett und dem israelischen Ingenjurkorps entdeckte Gebiet. Daraufhin kamen Hamas-Terroristen aus den Tunnellinien und eröffneten das Führer auf die israelischen Spezialeinheiten. Die IDF-Spezialeinheiten, die das Gebiet umstellten, konnten dieses Feuer jedoch erfolgreich abwehren und starteten anschließend Vergeltungsangriffe gegen die Terrororganisation. Nach schweren Zusammenstößen wurden Berichten zufolge mehr als zehn Hamas-Terroristen getötet und der Eingang zur Tunnellinie in der Nähe des Wasserkanals wurde zerstört. Es wird angenommen, dass die Hamas-Terroristen, die den schweren Angriffen der israelischen Spezialeinheiten entkommen konnten, zu einem anderen Ausgang dieses Tunnelnetzes geflohen sind. Diese Terroristen haben keine Chance, auf der Seite des Wasserkanals wieder aufzutauchen, da die IDF-Spezialkräfte den Ausgang des Tunnellnetzes zerstört haben. Die IDF-Spezialkräfte entfernten sich daraufhin vom Wasserkanal und rückten in Richtung der Siedlung Beit Hanun vor. Berichten zufolge starteten die IDF-Bodentruppen und Artilleriebrigaden einen schweren Angriff auf das Gebiet, nachdem sich die Spezialkräfte vom Wasserkanal entfernt hatten. Das Ziel dieser Artillerieangriffe ist wahrscheinlich die Zerstörung der neuen Tunnellinie der Hamas entlang des Wasserkanals. Man schätzt, dass sich diese Tunnellinie von Beit Hanun und Beit Lahir bis ins Zentrum von Gaza-Stadt erstreckt. Mit anderen Worten, die Hamas-Terrororganisation hat ein sehr breites Tunnelnetz über eine Strecke von 30 Kilometern von Beit Hanun nach Gaza gebaut. Es ist jedoch noch nicht bekannt, wie viele Kilometer dieses Tunnelnetz auf der Strecke zwischen diesen beiden Städten insgesamt misst. Die Artillerieschläge der IDF haben wahrscheinlich den Korridor beschädigt, entlang dessen sich dieses Hamas-Tunnelnetz erstreckt. Für den Fall der Fälle hat die IDF jedoch auch ihre Luftwaffe eingesetzt und die Siedlung zwischen Beit Hanun und Gaza stadt schwer bombardiert. Das Ziel dieses Angriffs-Ward-Everlauf der Hamas-Tunnelraute in der Nähe des Wasserkanals. Im Anschluss an den Angriff wurden zahlreiche Hamas-Terrorquellen zerstört. Aber die IDF machten keine Angaben über die Hamas-Tunnelraute. Dies lässt vermuten, dass die IDF bei künftigen Angriffen erneut das Tunnelnetz in diesem Gebiet ins Visier nehmen werden. Vielleicht würden die IDF diesen Geheimgang betreten und einen weiteren Überraschungsangriff auf die Hamas-Staaten, nachdem sie genügend Informationen über dieses Tunnelnetz hatten. Wie wir alle wissen, gibt es nicht viele Orte im Gazastreifen, die Israel nicht erreichen kann. Der israelische Premierminister hat dies vor kurzem sogar deutlich gemacht. Bei einem Besuch auf dem Ausbildungsstützpunkt Zikkim der israelischen Armee in der Nähe des Gazastreifens bekräftigte Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, dass die israelischen Streitkräfte jeden Hamas-Aktivisten in jedem Winkel des Gazastreifens erreichen werden. Im Gegensatz zu diesen Aussagen stützt sich die Terrororganisation Hamas in hohem Maße auf ihre Tunnelnetzwerke. Aber wie wir gesehen haben, hat die IDF, wie Netanyahu betonte, bereits Zugang zu den geheimsten Netzwerken der Terrororganisation. Warum ist die Hamas so sehr auf diese Tunnelnetze im Gazastreifen angewiesen und warum ist es für Israel so wichtig, diese Geheimgänge zu zerstören? Zunächst einmal muss man wissen, dass das 500 Kilometer lange Tunnelnetz der Hamas den Gazastreifen wie ein Labyrinth durchzieht. Aus diesem Grund ist die Hamas in der Lage, verräterische Angriffe von dem Tunnelnetz auszuplanen, das dem Ort am nächsten liegt, an dem die IDF-Truppen eine Operation im Gazastreifen durchführen. Außerdem befinden sich in diesen Tunnelnetzen zahlreiche Waffen, Raketen, Granaten, Panzerfäuste und viele andere militärische Munition. Die Hamas betrachtet diese Tunnelnetze daher als Zeichen des Sieges, um Terroranschläge zu verüben und die IDF-Truppen zurückzuschlagen, während die israelische Bodenoffensive weitergeht. Glücklicherweise läuft nicht alles nach den Plänen der Hamas. Die IDF wenden kritische Taktiken an, um diese Tunnelnetze im Gazastreifen zu kartieren und diese gefährlichen Geheimgänge zu schließen. Die Tatsache, dass Israel eine reguläre Armee ist und über weitaus fortschrittlichere militärische Munition verfügt als die Hamas, macht es viel einfacher, die Terrorziele zu zerstören, die aus dieser Kartierung hervorgehen. Die Anwesenheit von Geiseln, die von der Hamas in den Tunnellinien festgehalten werden, ist jedoch einer der Faktoren, die die Pläne der IDF verlangsamen und erschweren. Derzeit hält die Hamas-Terrorgruppe immer noch etwa 240 Geiseln in den Tunneln unter dem Gazastreifen versteckt. Der Tunnel, in dem sich die Geiseln befinden, hat sich nach den jüngsten Untersuchungen der IDF als strategischer Tunnel erwiesen. Strategische Tunnel befinden sich tief unter der RD. Über diesen Tunneln befinden sich unterirdische Rauten, die als taktische Tunnel bezeichnet werden. Es wird allgemein angenommen, dass sie die militärische Munition der Terrororganisation enthalten, die für einen Angriff bereitsteht. In den strategischen Tunneln befinden sich jedoch auch die, sogenannten Spitzenführer der Terrorgruppe sowie die Geiseln, die die Hamas als ihren größten Trumpf anzieht. Die Hauptquartiere dieser Terroristenführer werden ebenfalls in der strategischen Tunnel schickt vermutet. Wie können die IDF-Truppen eine so tiefe Schickt erreichen und die Geiseln aus der Gewalt der Terrororganisation befreien? Um die es zu erreichen, müssen die IDF zunächst die Bewohner des Gazastreifens aus dem Norden in den Südden der Staat bringen. Anschließend werden die Spezialeinheiten der IDF, die Ein- und Ausgänge, der von der Hamas aktiv genutzten Tunnelnetze ermitteln. Mit lokalisierten Ein- und Ausgängen werden die IDF-Truppen dann die Arbeit in den Tunnelnetzen beenden, wenn die Hamas am unvorbereitetsten ist. Natürlich scheint ein Kompromiss der logische Weg zu sein, um das Leben der Geiseln nicht zu gefährden. Angesichts der Gefährlichkeit der terroristischen Organisation Hamas und der Tatsache, dass sie sich weigert, diesen Prozess zu akzeptieren, scheint diese Möglichkeit im Moment jedoch nicht gegeben zu sein. Darüber hinaus vertreten der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu und andere Beamte des Landes die Auffassung, dass es keinen Deal mit der Hamas geben wird und dass die Elemente der Terrororganisation bis zum Ende des Krieges vollständig aus dem Gazastreifen geräumt sein werden. In den kommenden Tagen könnte dieses Ziel mit der Entdeckung und Zerstörung zahlreicher weiterer Hamas-Tunnel und anderer Quellen des Terrors verwirklicht werden. Bis dahin wird der Krieg der IDF wohl entschlossen weitergehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Sie können unseren Kanal abonnieren, unsere Videos mögen und auf den Superdank-Button unten klicken, um die aktuellsten Videos nicht zu verpassen, die von unserem Team mit den neuesten Entwicklungen an der Front und exklusiven Berichten über den Krieg, den Israel führt und alle Konflikte im Nahen Osten vorbereitet werden. Wir sehen uns in unserer nächsten Arbeit.